Willst du in den Hundewald? Okay. Er geht ohne mich sowieso nicht die Treppe runter. War klar. Ja, geh. Geh. Na los, lauf. Das war so klar. Das muss immer als erstes gehen. Oh. Ja? Hast du schon so Lust da drauf? Super Energy und den Tag mit seinem Hund zu verbringen. Guck. Okay. Reeve schleicht sich an. Platz! Für den kleinen Hund.